Olympias Eco-Aktenvernichter. Ergonomisches Design, brillante Qualität und Verlässlichkeit zeichnen diese neue Produktreihe aus. Unsere Eco-Aktenvernichter befinden sich grundsätzlich in einem Stand-by-Modus, der den Stromverbrauch auf 0,1 Watt reduziert und eine einfache und intuitive Bedienung ermöglicht. Das spart nicht nur Energie, sondern schützt auch die Umwelt. Auch Sicherheit hat bei Olympia höchste Priorität. Deswegen haben alle unsere Aktenvernichter einen Schutzmechanismus, der das Gerät ausnahmslos nur bei Blattzufuhr aktiviert. Aus Sicherheitsgründen sind alle Knöpfe im Stand-by-Modus deaktiviert. Sollte dennoch etwas Unvorhergesehenes geschehen, kann der Schneidevorgang sofort mit dem beleuchteten Not-Aus-Knopf gestoppt werden. Nachdem das Gerät wieder eingeschaltet wurde, kann der Gegenstand mit der Reverse-Taste herausbefördert werden. Eine elektronische Kapazitätskontrolle unterstützt rationelles Arbeiten und schützt vor Falschbedienung und Überhitzung. Dies erhöht die Lebensdauer des Produkts erheblich. Die hochwertigen Qualitätsstahl-Schneidewerke sind je nach Modell in der Lage, zwischen 8 und 25 Blatt in einem Arbeitsgang in bis zu 3 x 9 mm kleine Partikel zu verarbeiten. Dies geschieht in der Sicherheitsstufe 3 oder 4. Auch CDs, DVDs und Kreditkarten können im Streifenschnitt kompetent vernichtet werden. Die Schneidereste von Papier und Plastik werden umweltgerecht in zwei separaten Auffangbehältern getrennt aufgenommen. Die Restentleerung erfolgt sauber, schnell und bequem. Die Olympia Eco Aktenvernichter-Serie. Sicher, umweltfreundlich und verlässlich.